Reisentiert. Neonmix. Neonmix. The days of flower power woke everybody up. The future seemed a better one. Love, peace and freedom, what a message. I'm sad to say those days are gone. Those were the days of what stopped. They couldn't change the world. Cause the peace we had in mind was such a shy bird. It was miles away. 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 Miles away. The movement's heroes, like good old Jimmy H, opened up some better ways. The long-haired music lovers couldn't turn the page. Money makers won the race. Those were the sixties. They couldn't change the world. Cause the love we had in mind was such a shy bird. It was miles away. It was miles away. It was miles away. Der Wahnsinn, Martin, der absolute Wahnsinn! Unser Producer freut sich aus der Hand von mir jetzt morgen her, aber das Geilste kommt schon noch. Über das Gitarren-Solo leg ich jetzt das geilste Klavier aller Zeiten, Alter! Bitte brems dich ein, Hörst. Ich will den nicht sagen und nicht den großen Opa. Eh nicht, eh nicht, aber mein Verjuicer, der liegt! Der liegt! Wir sind jetzt endlich angehen, Warte, es fängt um 8 Uhr an. Ja klar, ich hab doch, du bist auf der Sitzkarnitur geworden. 23 Uhr, das ist der eigentlich. Wo geht's denn hin? Zur Eisrevue. Was? Na, Reiszeit, Entertainment. Minz, coole Jugend, bitte zum Tanz, was denn? Martin, du mich jetzt! Apropos, kannst du mir ein 500er leichen bis morgen? Das war Leihwand. Ja, nachher, ich hab's draußen in der Lederjagel. Apropos Solo, ich zeig dir was ich meinen. Fuhr los! Na klar, hier, komm, ob's möglich ist. Bitte komm zum Beispiel. Komm zum Beispiel. Müsst du mir nicht vielleicht ein bisschen helfen? Ich hab glaub, das soll mich umziehen. Wo geh'n wir denn jetzt hin? Wo geh'n wir denn jetzt hin? Wenn bitte, wenn sie das da so um die Ecke bauen. Ja? Martin. Wer ist's? Warowski. Sag' ich ihm gleich, dass du heute auf keinen Fall kannst. Hallo. Servus. Aha. Das ist bei mir eher ungünstig heute. Ja, morgen, es ist wundervoll. Ja? So. Ja, da muss ich wohl. Na ja, gut. Okay, dann komm ich. Gut. Servus. Jetzt brauch' ich ja nur noch ein Autogramm. Aber Unsinn! Von mir? Bitteschön. Danke, Hans. Sag' ich, meine Frau. Wo sie's noch? Ich versteh'n. Wiederschauen. Der absolute Wahnsinn! Wiederschauen. Wer Sinn für schönes Wohnen hat, kauft Möbel in der Möbelstadt. Der absolute Wahnsinn! Kannst du mir vielleicht erklären, warum du heut'n Tag zum Barofsky musst? Na, so halt. Du versprichst mir, dass du mit mir weg bist. Aber der Barofsky, wenn du springst. Der Frieder ist heute seit Wochen auf seins... ...arbeit Tag und Nacht nix anders machst, als als Depart Gitar spielen. Na, anderer hat so eine Krachanwerbung in 14 Tagen. Na, ich halt nicht. Zum Arbeiten und Geld verdienen, ist das Krasse schon nicht ja unfähig. Tierig! Musikanlager. Du musst mich auf die Nerven herumtrauen. Wenn's du und dein Chaota drin. Der Richter ist ja wichtig. Der... ...produzenten in Aussicht. Möchtest du heute denn Kredit für die... ...3000 Platten und 15 Gitarren und Synthesizer und ich vielleicht das Video geklärt wird? Ich mach nur nicht ein Rate für mich. Weißt du auf der Bank? Das ist mein Kaffee. Ja! Ich zahl's nicht. Genau! Du haust lieber das Geld für Brozige Fronteuse aus, die keinen Menschen hat. Ich sitze gar nicht, tue es überhaupt nicht, Brozige. Aber unnötig ist sie. Natürlich, man muss ja nicht sitzen. Kaufen, kaufen, Geld ausgeben. Das ist immer noch mein Geld. Hast du das gehört, Martin? Ich hab noch nie einen Zwanziger gesehen für die Wohnung. Und um uns genauso da. Ich muss jetzt gehen. Na, was sagst du? Das ist der absolute Wahnsinn, was? Jetzt in einer 1 Stunde Zug bist du hier allein. Apropos, wie geht's denn mein 500er? Und da hast du... Die Firma... Wo rennt's denn hin? Ja, zum Borowski. Gachern verkaufen, dass wir in deinem Möbellager der Stil voller Schimmeln können. Aber nicht vergessen, Martin. Morgen um zwei, mein Producer. Apropos. Nicht schlechte Sitze kann ich tun. Hau ab! Neon Mix! 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 Aber Sie haben... Du Deutsch und ich will die Kids, Freunde! 13, 14, 15, ein paar zurückgebliebene. 23-Jährige sind mir auch noch weg. Und wenn i die Kids will... Dann brauch ich den Hammer. Ja, klaro, die müssen den Spot sehen, den hat am Herrn und flach liegen. Aber, klaro, 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 also, ich will am Freitag einen Spot, der anfahrt, abfährt, Freunde, und sonst gar nichts. Kein Problem, das Abfahren, Herr Fischler, da ist der Martin unübertroffen im Sektor. Ja, und noch etwas, Baurowski, Werbeagenturen, die sich nicht mehr auffragen, wie diesen, gibt's wie Sandmeer, tschau. Aber die arbeiten nicht zu meinen Preisen hier, Fischler. Arschloch. Na ja, jetzt wissen wir's. Das junge Team ist alt geworden, reif fürs Rasierwasser. Nein, da brauch ich den Dilo und seine Kids dazu, dass ich weiß, was ein Hammer ist. Kalt. Na bitte, ich hab ja gleich gesagt. Der Dilo hat alles gestorben. Mir glaubt... Was? Hat das Disco auch schon aus, doch du bestanden? Ganz wurscht, mit was ich gekommen bin, jedes Mal hast du gesagt, mehr Funky, Martin, mehr Disco. Ich? Hast gesagt, ja. Du kommst dich um den Film rein, Willi. Du hast es aber gesagt. Disco hin, Disco her, auf jeden Fall spür ich in den ganzen Spanien nicht, dass den Fischler, der Revolution auf den Markt bringt. Die Revolution? Befrischungsgetränke-mäßig. Und das will ich sehen. Jedem sein Neonmix. Für der Verliebte das Rote. Und da will ich die Liebe sehen. Neonmix. Junge, Liebe ist kein Problem. Anscheinend schon. Und den Einsamen, den Alleinbliebenen, das baue Neonmix. Für den Solo-Trinker. Neonmix. So eben ich. Blau, blau wie der Blues. Und da, das Neon-Pink-farbene Twin-Mix. Für den Trinkspaß zu zählen. Neonmix. Fröhnliche Paare, Action, Spaß, Sport und Spiel. Ah, genau. Und das grüne? Telefon, Steve. Wer ist denn? Lernst. Lärmsten. Haben jetzt keine Zeit. Ich soll nächstes Jahr wieder anrufen. Wo war ich? Der Neonmix. Ja, das grüne, das grüne Neonmix. Das grüne für die grüne. Für blöde Witze haben wir jetzt keine Zeit. Schau dir lieber um, was in ist bei den Jugendlichen. Bei den Kids. Ja, bei den Kids. Und hol dir neue Impulse. Du hast bitter nötig. Danke für den Heißen. Morgen will ich einen Vorschlag haben. Und pünktlich um neun. Wir sind eine Zeit. Pft. 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 Auch wenn uns der Gedanke nicht gefällt Es laufen selig, lächelnd, aber stumm Ticke-tacke, Spielzeugmenschen rum Ticke-tacke, 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 Ticke Doch manche sind auch wirklich furchtbar nett Und manchmal legen sie sich in dein Bett Sie decken voller Überzeugungskraft Wie es selbst die Schlagszeitgenossenschaft Isst doch kein weißes Brot, sonst bist du morgen tot Blau ist ab heute rot Wir meinen's gut mit dir, wir waren schon vorher hier Wir schützen dich von dir Die guten Kräfte sammeln sich Wo kommen die bloß her? Sie sammeln sich für dich und mich Und sind mir viel zu schwer Die guten Kräfte sammeln sich Wo kommen die bloß her? Sie sammeln sich für dich und mich Sie sind mir viel zu schwer Ich glaub, sie passen nicht in diese Welt Weil ihnen der Gedanke nicht gefällt Werden sie bei uns sehen Wie sie mit gutem Rad seitlich stehen Isst doch kein weißes Brot, sonst bist du morgen tot Blau ist ab heute rot Wir meinen's gut mit dir, wir waren schon vorher hier Wir schützen dich von dir Die guten Kräfte sammeln sich Wo kommen die bloß her? Sie sammeln sich für dich und mich Sie sind mir viel zu schwer Die guten Kräfte sammeln sich Wo kommen die bloß her? Sie sammeln sich für dich und mich Sie sind mir viel zu schwer Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und machst du das? Manchmal. Ist das nicht eine heidene Arbeit? Ein Kord ist nix, der Geil. Na, keine Angst. Kostet nix. 76, schirrlich. Alles kriegt man da, wenn du nicht geschenkt hast. Stimmt schon. Nur der Scheich ist wirklich reich. Stellst du so auf Scheichs? Scheichs, einer mit den Piraten, Millionäre, Fernsehsprecher, Hamburger, Bier mit Pfeffern. Ich bin weder noch, ich mach sowas ähnlich, ich hab deine Eiszeit-Entertainer da. Hast du ein Ess-Salon? Na, ich mach Musik, aber mehr seriös, weißt du, ernsthaft. Das kann man. Wenn man davon leben muss. Ein seriöser Mann. Klingt spannend. Wie im Kino. Wenn du dann fertig bist, können wir ja gehen. Sabine, mein Name ist ein Grau. Hey, hey. Mein Name ist Liebe, dich, mein Name ist Liebe, dich, mein Name ist Liebe, dich, ich lauf dich davon. Sag, was hast du denn? Sag, was hast du denn? Sag, was hast du schon davon? Sabine, Sabine, sag mal, bist du Depper, du führst dich auf wie überwurzelte Piskun und stellst mich da hin wie ein... Wer einen alten Affen in deiner Vorstadt und ich hab überhaupt niemanden angemacht. Ich hab ganz normal mit dem Mädel geredet. Eben, mit dem Mädel. Jetzt darf ich mit niemandem mehr reden, außer mit dir. Komm, hör doch auf. Du redest immer noch mit anderen Leuten, mit mir nie. Wieso? Das stimmt doch gar nicht. Du bemerkst mich überhaupt nicht, dass du den ganzen Tag ananierst in deinen Kamerl und deine Instrumente und dem Riko. Was heißt ananieren? Irgend so was wird schon sein. Du auch. Vielleicht brauche ich das. Was hast denn du das letzte Mal wollen? Den ganzen Tag bist du in jeder Hinsicht abwesend und wenn du in der Nacht auf einmal geil wirst, dann darf ich lieb sein. Aber wenn ihr mal komm, dann nehm ich's mir ab. Aber ich hab eine Beziehung pfeife ihn. Okay, dann pfeife halt drauf. Ich möchte eh wissen, was das für eine Beziehung sein soll. Über das, was mir wichtig ist, über meine Musik, hab ich mit dir ohnehin und ich reden können. Bist und bleibst heute Sekretärin. Und du bist ein Westentaschelpobster. Sehr witzig. Ich versteh genug von deiner Musik, dass du siehst, dass da überhaupt nix eigenes drin ist. Du spielst ja herum mit lauter technischem Klimbim. Vorweilen freust du keinen. Da brauch ich die Nummer von der Gruppe heute am Abend origineller. Halt's zusammen, du Arschl. Verstehst du doch einen Dreck davon. Früher hast du immer zusammengegeben mit mir, weil ich gewusst, dass ich ein sehr großer Musiker bin. Ja, du bist ein Musiker. Genau, das hat dich getaugt. Und jetzt, weil du frustriert bist, weil ich nicht mehr auf die Stelle hätte. Ich bin jetzt wo frustriert. Du bist doch frustriert. Du hast groß gehört von Platten und Produzenten und Auftritten. Und du bist heute beim selben Kamerli vor fünf Jahren. Wenn du dich nicht zum Parofsky gebracht hättest, jetzt seid noch genauso herumzahrend. Ja, ja, ja. Glaubst du, ich brauch dich? Nein, mich nicht. Aber meine Wohnung und mein Geld. Du hast wieder einmal eine Manzenkonferenz gehabt mit deiner Christa, nicht? Dann brauche ich die Christa nicht dazu, dass ich sehe, dass ich ununterbrochen draufzahle. Ich zahle die Wohnung. Ich zahle die Miete. Ich zahle den Strom. Ich brauch deine Angeberwohnung nicht. Ich kann genauso gut beim Rico wohnen. Du, der große Sir, in den dreckigen Raum schlagen. Geh bitte, halt's zusammen. Auto voll kannst du ein. Wenn dir was nicht passt, dann steig aus und nimm dir ein Taxi. Das ist immer noch mein Auto. Wenn du einer aussteigt, dann bist du. Ich kann dich eh nicht mehr sehen. Hau ab. Das kannst du gern haben. Aber endgültig. Ja, ja. Weiter, fährt er ja da. Was ist, was ist. Sabine! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Riko, wo kommt denn dein großartiger Producer heute noch? Jede Minuten, ihr sollt schon da sein. Willst du verkaufen, Kuteln oder nur Teuscheln? Du musst zu essen. Ja. Ganz froh sein, dass du mich haust, Alter. Wer andere nimmt dir die Scherben gar nicht. Riko, ich bin nicht auf Kuh, ich hab was zu tun. Ein Tipp von mir, Martin. Vergiss die Werbung. Das hast doch du da nicht notwendig. Na, freilich. Und das Geld für die Anlage ist wenig im Lotto. Mach dir einfach keine Partie auf. So wie früher. Dabei ist noch keiner verhungert. Schau mich an. Na ja. Ich sag mal bei der ein Zwanziger. Bei der ein Vierziger. Aber nur weil's, dass du bist, Kutl. Passt eh, Martin. Der Kutl ist der absolute Wahnsinn. So ein Bassisten find's kein zweites Mal da. Die Ur-Power. Gell, Kutl? Riko, ich kann nicht mehr warten. Cool bleiben, Martin. Cool bleiben. Kutl. Dann gib dir 150 Schienen und wir reden nicht mehr drüber. Das ist mit meinen Fünfhunderter von gestern. Mach mal alles. Kutl. Wichtig. Wenn du den Rani siehst, sag ich mir so, wir dringend auch rufen. Die Partie steht schon. Du, der Rani, ich und den Gitarristen. Den schenken wir noch. Da brauchst du nichts denken. Ich werd da wirklich sehr verbunden, wenn du jetzt endlich... Vergiss er, Martin. Vergiss er. Wir brauchen den Verjuicer nimmer. Weil unzuverlässige Leute arbeiten nieder nicht zusammen, Alter erst. Wir checken das jetzt sowieso ganz anders. Wir checken jetzt die Wahnsinns-Partie, Martin. Wir und die Welt. Wir und die Welt. Unser Power und deine Songs. Meine Fünfhunderter. Klar. Machen wir alles. Such dir aus. Die absoluten Gusto-Stückeln. Und wir reden nimmer drüber, gell? Hörst. Bist deppert. Apropos. Huch zu. Absolut heilisch von mir. Give me the drum. I feel the random tongue. Give me the bass. Dang his pants. In the drums. By the bass. By the keys. Oh kick, to feels like so echo. Heavy Music. Hey. Heavy Music. Heavy Music. Ah ah. Heavy Musik. Tem. Heavy Music. Wuhhers. Heavy Music. Power the music. Read me your天. Love. Na? Na? Ölisch. Opa! 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 Hallihallo! Ach, du bist es. Komm rein! Da! Möglich ist im Eiskasten, wenn es du bist. Ähm... Bist du im Hungerstreik? Wo? Na ja, weil dein Speiskasten gar so gut sortiert ist. Ich bin eh nicht daheim. Da habe ich ja heute Glück gehabt. Finst? Na schon. Was magst denn du nicht noch alles? Du bist ja ein richtiges Allround-Genie. Pages und Pusters. Plakate. Wir haben Spaß genug. Wir wollen das internationale Tanzverbot. Das ist ein guter Spruch. Wir werden und können zu reich werden. Das ist das Gesamtkonzept. Wann nämlich die Öden fragen können, warum macht es denn eigentlich Musik? Was wolltest du denn eigentlich damit ausdrücken? Ja, dieser K*** sagt einer nicht ganz überrissen. Was dir der Robert die Band ursprünglich nennen wollt? Hm? Stille Post. Blickst du jetzt durch? Teilweise. Meine Hochschüler. Ja. Grüß Gott. Geht in Ordnung. Mhm. Nein, Notenständer brauchen wir keinen. Ja. Anlage bringen wir mit selbstständig. Licht nicht, weil wir keine Anlage haben. Mhm. Gut. Ja. Danke. Geht. Wiederhören. Haha. Wir spielen. In Salzburg. Hey. Weil du fähig spielen? Nein, auf der Uni. Nein. Wie hättest du gemacht? So ey. Also weit. Ganz viel Business. Na ja. Red kein Blödsinn. Das war ja schon lange nicht mehr. Zumindest weit öffentlich vor Publikum, ne? Ja. Bringt ja nix. Sag, wohnst du eigentlich allein da? Mutter Seele. Na ja, früher waren wir zu dritt, dann zu zweit. Das bringt's aber auch nicht auf die Dauer. Und das kannst du dir leisten, finanziell? Nein. Aber dafür geht mir jetzt keinem Geist. Sag, wir fahren nicht bis Salzburg. So drei Stunden ungefähr. Es kommt auf den Wagen an. Warst du noch nie in Salzburg? Vor 300 Jahren. Bin noch so klar war. Du hast ein eigenes Auto, gell? Ein rotes. Du bist schon engagiert. Wofür? Überhaupt. Details, Details. Sag einmal, habt ihr euch einen eigenen Wagen? Ja. Mein weltberühmtes Eissalon-Orchesterfartner mit da oben bauen. Damit kommt's halt ein bisschen schwer nach Salzburg, ne? Eben. Wir haben früher wenigstens einen eigenen Kastenbaum gehabt, einen zweistöckigen. Unten war die Anlage drinnen. Und oben haben wir geschlafen, zu fünft, mit einem Schlafsack. Und gekocht haben wir auf so einen alten Spiritus gekochen. Und die Räume haben die Häppchen angebrannt. Lichterlos. Und ihr seid so stark euer Sess mit einem Schlafsack in die Haare. Und habt's gesungen fünf Stimmen. Die Hände, mein Freund, ist blau. Der Chromosohn. Den kann ich jetzt brauchen. Was ist denn los? Warum bist du noch nicht auf der Pro? Bin ich eh. Gleich. Was ist das? Das... Die Mierde. Sag mal, bist du nicht schon wieder? Nur für ein paar Tage, ehrlich. Weiß die. Die und ich. Wir haben uns momentan los. Jetzt darf ich die wieder aushalten. Bin ja quasi eh nur auf der Durchhäuse. Servus. Dein großer Bruder. Meine Cousine. Gut entwickelt, die Kleine. Willst du dann bis am Abend, ja? Tschüss. Nein. Wie oft soll der Nussi? Ich weiß nicht, wo er steckt. Aber der ist einfach wichtig, der Martin. Ohne ihn gibt's keine Partie. Schau, jetzt hab ich jetzt noch den Kudl mitgebracht. Und den Räune. Besten Schlagzeug und Sonne. Schau. Ruf morgen an. Ich hab noch zu tun. Ich krieg halt noch Besuch. Apropos. Hochzehr. Absolut höllisch. Von mir. Was du nicht willst, was man wird tun, das führt auch keinem anderen zu. Hey. 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 Was ist denn? Da da da. Da da da. Was ist denn? Spiel doch eh. Also weiter. 65 91. Ein wunderbares Leben. Ein wunderbares Leben. Es ist ein wunderbares Leben. Was ist denn? Wenn du nicht mitspielen willst, dann schleicht dich. Aber ehrlich. Was ist denn? Glaubst du dir erklärt er tausendmal, wo es deinen Finger hintun sollst? Nicht schon wieder. Gut. Nichts mit dem Arsch. Geh bitte kurz. Jetzt lass mal meine Umweltschütze. Hier unten gibt's keine Zombies. Wer ist er? Der. Der. Der ist handlos. Aber ein Talent. Und das ist der Martin. Der führt uns die Anlage raus. Was ist das? Wenn ihr nichts dagegen habt. Die spielt aber nicht von selber. Tatsächlich. Schaperlob. Blitz. Wien heute. Außerdem müssen wir heute für den nächsten Geek plakatieren. Ohne nie. Dass du eine Forderung bist. Ich hab jetzt ja. Matura. Das wissen wir. Ich hätte es wirklich vergessen. Große. Was hast du denn? Du? Vielleicht ziehst du das große los. Erst ein Teil Matura. Ich hab euch nicht. Gut aber auch. Und dafür kannst du dich ja alle gratis weit spielen lassen. Schon wieder kein Video. Pffa. Das bringt's. Zwei Ehrenkarten für das Europakart-Finale. Dynamo Moscow. Zombie United. Sag ich mal, was wollt's denn eigentlich mit den ganzen Preise ausschreiben? Na was? Einschicken. Und gewinnen. Ich will endlich mein Video. Und was wollt's mit einem Video? Ja. Total wahnsinnigen Tanzverbot-Film machen. Und jetzt kommen wir eh. Ich hab ein Video zu Haus. Echt? Du hörst ein Video? Eher Video? Der hat ein Video. Du? Video? Sau wie Sau. Ein guter Mann. Einen besseren findest du nicht. Okay. Ich würd sagen, gehen wir auf ein Bier und reden wir drüber. Sie kennen nicht den Rhythmus dieser Stadt. Sie kennen nicht den Rhythmus dieser Stadt. Sie kennen nicht den Rhythmus dieser Stadt. Au! Statt im Sommerdumpfarm. Sie sind hier nicht arm. Lernen sie sich kennen und rücken zusammen. Die Fremden, die es nicht sehen, können nicht im Rhythmus gehen. Denn sie kennen nicht den Rhythmus dieser Stadt. 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 In jedem Einzelnen, der es sieht, in jedem Einzelnen, der es führt, oh oh, oh ah. Der Rhythmus, das in der die Stadt bewohnt, der Rhythmus, das in der die Stadt bewohnt, wird groß. Die Fremden, die es nicht sehen, können nicht im Rhythmus gehen, denn sie kennen doch nicht den Rhythmus dieser Stadt. 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 ... ... ... ... ... ... ... Die macht schon zu. Das heißt, zuerst muss man natürlich die Muskeln spielen lassen und besonders politierlich gebaut man, als wäre ich die Klappe des Lips in maskulinem Rusa. Ein Mann! Ich schnuppere den Duft der großen, weiten Welt. Er geht meilenweit für ein richtiges Abfeuer. Das, mein Damen, ist sowas wie Rohmaterial. Wir wollen es veredeln. Er kürzt sich doch nicht, die reizenden Heimnisse des erfolgreichen Mannes. Wie gesehen hat er es verabsäumt, sein zugegeben üppiges Brusthaar goldblond zu menschen. Und, dass er in der kunstvollen Anordnung sorgfältig gelockter Beihahre völlig unerfahren ist, können wir anwenden. Und blösten! Ja, blösten! Seid ihr teppert oder was? Nein! Da schämt er sich ja. Ich bin überhaupt sehr scheu. Ich bin gerade zu deutsch. Er nährt sich mir so gut wie nie. Was soll ich sagen? Hat er vielleicht Schwierigkeiten, ne? Kann's schon sein. Legen Sie Ihre Scheu doch auf ihn. Wir haben ja Verständnis für Sie. Es ist nun einmal Schicksal des Mannes. Auf den Tag zwar die große Liebe begegnet. Die starke Frau, die ihn wach küsst. Aber diesen Tag soll er nicht unvorbereitet entgegen gehen. Die nehmen Sie Platz. Zuerst, äh, der Tag. Ein zarter Hauch von damals Zehnerrotem. Lässt die ungesunde Hautfarbe vergessen. Im dunklen Blau getuschte Wimpern geben den Augen in. Das ist nicht so schön. Ich habe nicht viele schämischen Blick, die die Damen so lieben. Hau dir nicht komisch. Oh, jetzt hat er so ein Haarschen gekriegt. Ist der Kaffee? Keiner mehr da. Wieso? Wir haben ihn ausgetrunken, Schnuckiputzi. Seid so deppert. Er hat nicht viel Humor, was? Aber Talent für die Küche. Und mein Whisky habt's mir auch ausgesoffen. Kleid und. Schleich dich. Ich muss Ihnen einen Rat geben, Jungmann. Es schadet ihm guten Ruf, erst am Morgen nach Haus zu kommen. Ja, wo war er denn, unser wilder Kater? Ja? Ich verbinde. Modellagentur, der gepflegte Mann. Ach, Herr Martin. Unser Topmodi. Herr Bohowski. Ja, das freut dich. Martin, ein Freier für dich. Ja, hallo. Martin. Hört sich auf. Hört sich jetzt auf. Ich kann jetzt nicht sprechen. Ich kann jetzt nicht. Er hat Küchendienst. Ich rufe nachher zurück. Blöde Kieridiotische erst. Er kann jetzt nicht. Wie immer, ne? Schau, scheiße. Du bringst doch, dass wir dann in den Liebesbrief kommen, Martin. Von der Bahn. So, im Vorzimmer. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Hau, ha, 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 ha. Die Schlachten sind ja ganz lustig. Aber schau her. Ja. Also, grüß dich. Baba. Baba. Du, ich bin schon allein raus. Ja, ist klar. Ja? Ich meine, du, das ist gleich so. In einer halben Stunde muss ich in der Firma sein. Hast du das inzwischen überlegt? Was? Na, die Kündigung. Das ist nicht so einfach. Ich kann nicht ... Martin ist der Chef. Dauernd nimmst du Rücksicht auf irgendwelche Männer. Du bist nicht verantwortlich für die. Außer mir kennt sich dort überhaupt niemand aus. Lauter ausreden. Du rennst ständig davon. Und ein neues Sitzgal ist auch keine neue Lebenssituation. Du musst nicht dein Wohnzimmer verändern, sondern dein Ort zu leben. Ja, ich weiß. Was? Geh bitte, lass die Zeit jetzt endlich stehen. Entschuldige. Ich weiß gar nicht, ob ich genug verstehe für eine Buchhandlung. Erstens, ist das nicht irgendeine, sondern eine Frauenbuchhandlung. Zweitens, kenne die Menschen sehr unheimlich nett und werden dir wirklich helfen. Und drittens, glaube ich, dass dir die Atmosphäre wirklich sehr gut tun wird. Ja, wahrscheinlich. Was machst du mit deinem Achttausend mehr? Notschlachten. Ja, ich bin's, der Martin. Das ist eine neue Arbeitsmethode. Argieren, feiern. Bis in der Früh. Wenn ihr an mich sagt, ist fertig. Auf ich. Oh, nein. Na. Ah. Die Genizität ist nicht gut. Wenn ihr mein Vorschlag nicht passt, mach was anderes. Was? 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 Bost, Bost, Jens 3 zu 10 fix 1 mit dem Mix Dieser Job gibt mir wirklich gar nichts Schluss aus Lass mich da Ich bin gestoppt Denn Neomix Horror Bitte große Stops Der Neomix Horror Mein Gott ist mein Söter ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ja, was ist denn heutzutage schon Bücher? Also Kinder, ich würde jetzt sagen, wir schmeißen uns jetzt ein paar Pizzas in die Kostümme Heee, der Chromosom bin ich Keine Pizza, kein Kostüm Kostümme Wir sind zu klug für diese Welt Wir sind zu klug für diese Welt Wir sind zu klug für diese Welt Heute nix, morgen nix Was läuft hier wie? Ganz ehrlich, heute nix Morgen nix Wir sind zu klug für diese Welt Wir sind zu klug für diese Welt Wir sind zu klug für diese Welt Wir sind mit dem Kostümme Und jetzt ist so viel Das ist ganz nett von Anfangern. Wollt's was Trinkbares, bevor die Arbeit losgeht? Ich hör immer Arbeit. Die chaotische Spülerei ist da noch kein Filmburschen. Da gibt's jede Menge zu tun. Also was wollt's jetzt? Einen Whisky? Einen Wodka? Einen echt russischen? Ja. Rosa? Einen Eierlikör? Eierlikör. Was willst du denn? Der Film ist doch Eier. Genau. Übrigens hab ich gewonnen. Trostpreis? Trostpreis. Schellachs. Und Schellachs. Und Schellachs. Und Schellachs. Trostpreis. Bitte reißt euch zusammen, Burschen. So kann man da wie nicht arbeiten lässt. Du willst doch viel arbeiten, hm? Das ganze hat doch überhaupt keinen Rhythmus. Das ist eine Laienbühne, ist das. Da gehört die ... ... einfach raus. Das muss man radikal zusammenschneiden. Versteht's? Ja. Paarell Pau. Ich weiß nicht. Wir schauen uns den ... ... nachher mal an. Wir machen unter den Sprechboden. Da holen wir uns den rein. Also wer will? Das ist Kack. Sagen Sie einen Wünscher einmal für uns. Ich sag den ... ... die 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Entschuldigung. Bist du so froh? Bist du so froh? Verdienen sie genug? Wieso? Er ist sehr kostenspülig. Und auch... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ja... ... ... ... Aber nimmer lang! Aber nimmer lang! Nach 10 Minuten! Nach 5 Minuten! Bring was! Zurück den Auftrag wie dem anderen! Ich bin nie egal! Junge Mitarbeiter, gute Ideen, bringen mir die Tür sowieso ein! Okay, gut, servus! Burschenleiter, aber ich muss jetzt sofort! Wir sind eh schon dahin! Was magst du mit den paar anderen? Das bring ich gleich zum Schnitt! Ähm, wir sehen nachher im Abelraum, ne? Gut! Ja, schau dir her! Schau! Schau! Grüße und... Bitte! Wiedersehen! So, der Hoff! Rohmaterial? Rohmaterial! Die Feinarbeit können ja dann deine, deine neuen Mitarbeiter machen! Und ich will jetzt mein Geld! Was? Das ist aber ein Scherz! Du liebst nur hier! Und dafür gibt es noch das halbe Geld! Eine gleiche Rechnung! Ich werde immer mein, so wie ich das sehe! Ganz meinerseits! Fröhliche Ostern! Jetzt kommt's doch endlich auf, ne? Aber... Erfrisch! Es ist hier! 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 Wir sind zu früh! Es ist hier! So hab ich's mir vorgestellt! H genau! Tote Körper! Tote Körper! Tote Körper! Tanze anders! Tote Körper! Tanze anders! Tanze anders! Tanze anders! Gerade als ich will schon gehen, kann ich ein Mädchen tanzen sehen! Sie war nicht alt, jedoch schon kalt! Ich habe gleich für sie bezahlt! Ich würd sie gern! Mit... ... 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 zu schießen! Es wird das... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Was ist denn los? Ich bin zuhörn! Ist das so wichtig? ... ... ... So, was hast du denn alles erzählt über Lora g'schiften, ne? Ja, gehört gerade über DIN. Also, ich hab mir gedacht, du und Öde... Du und Öde! Was sagst du von dir? Was weißt du überhaupt? Du interessierst dich nur für DIN selber! Ja, das ist doch... Du hast überhaupt nichts gegriffen! Geh wieder zurück zu deiner Werbung! Deinen Film hast du ja jetzt! Umbringen was? Du interessierst dich nur für DIN? Nein! Ist schon... ... wieder von vorn? Dann selber... ... schau dir... ... das... ... das spät ist... ... das blöd bist! Nein, aber das ist ja... ... aber trotzdem klasse, ehrlich! Und was ist jetzt auf einmal klasse? ... das ist ja... ... wenns jetzt alle Zeit für uns kann ich ja auch... ... das ist ja... ... naja, diesmal... ... aber dann... ... sch... ... sch... ... servis... ... entschuldige, ich bin ein bisschen verspätet... ... das ist alles... .... ... ver... ... ... ja... ... ja... ... wieso, woh... ... wohin? Zu Erika, aus Wochenende! Zu wem? Zu Erika! Mit... ... der werde ich in Zukunft zusammenarbeiten... ... und ich habe nämlich gekündigt! ... ... Raushaust? Ja, gekündigt! Ich werde mir jetzt die Wohnung nicht mehr leisten können, aber das ist ja bei mir. Ja, wieso, wieso... Du brauchst doch die Hausfurtung an. Ja, wieso ich denn das zahlen? Ja, musst du selber Geld verdienen. Komm, fahren wir. Ja, ihr allein? Tja. Neon, Neon. Fasch, Meon. Holle, Holle, Holle. Ich hab die Sosenblastik auch nie los eingestellt. Das ist nicht meine Welt. Schminke, schminke. Pinke, pinke. Stress und Schöne, alle für die Löwen stehen. Einigwert. Mir wird ganz wohl ans Herz. Einigwert. 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 Es ist ein Leckstör. Es ist einigwert. Es ist einigwert. Es ist einigwert. Und genau kommt jeder drauf, die Richtung war Verkehr. Dann hübs' nichts, Mama. Her. Unter die Beine! Oh ho 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 ho, oh ho 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 Eizzeit, Freizeit, Eizzeit, Freiheit Ehe, Ane, O, Gefühle sind tabu Ohne An以ien, neuerfriert die Fantasie Futter, 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 Futter Futter, 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 Futter Eines für Regie, die Chaos-Kompanie Auch keinem über 13 Biers an volle gestört Die Machen sind bläb, ist verschärft Und jede Bar kommt jeder auf, die Richtung war verkehrt Am höchsten war er unter den Beinern Oh 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 Auch der schwöller bläde Kuh Oh 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 Das schwöller bläde Kuh Du bist du dazu Oh 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 Auch die Machen sind bläde Kuh Oh 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 Vielen Dank.